So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Falls ihr das ganze feiert, dass ich jeden Tag für euch den Shop hochlade, dann lasst gerne ein Like da und auch ein Abo da. Falls ihr neuer da seid, würde mich sehr sehr freuen. Noch eine kurze Info, es gibt ein gratis Emote, das man sich freischalten kann, wie das ganz ganz easy geht. Einfach oben rechts beim i klicken, dann kommt ihr direkt zum passenden Video. Wir haben noch ganz genau 10 Sekunden. Ich denke mal ein neues Skin. Ich hoffe es doch. Oder ein neues Emote. Und vielleicht was seltenes. Let's go. Bitte gib mir einen guten Shop. Nice. Okay. Was? Rallyeer? Was? Rallye-Räuberin? Oder? Oder? Was haben wir hier auf der ganz rechten Seite? Okay. Okay, okay, okay. Coole Sachen auf jeden Fall. Backmanta immer noch da. Fish Skin hat den Shop verlassen. Okay, wir haben hier Rallye-Räuberin. Ist doch ein cooler Skin, oder nicht? Hat sogar mehrere Stile. Aber warte mal, der Skin erinnert mich an einen Skin. An welchen Skin ist es? An welchen Skin erinnert mich der? Es gibt einen Skin, der fast genauso aussieht mit dem Charakter. Also, diesen Charakter gibt es irgendwie schon. Und mit den Haaren. Nur habe ich gerade den Namen nicht im Kopf. Oder kann ich mir gerade nicht vorstellen, welcher genau Skin das sein könnte. Und wer auch immer gerade hier meine Lobby joint. Kein Plan, was der hier gerade sucht. Ja. Maximal Lost, der mir gerade joint. Der wird dann auch instant rausgelöscht aus meiner FL. Also, zum Skin. Ja. Backbling. Ist nicht schlecht. Sind so Gummiflügeln, oder? Ey, das ist witzig irgendwie. Das geht auch hier so mit. Hat irgendwie was, oder? Passende Spitzhacke. Erinnert mich an die Aura-Spitzhacke. Kann es sein? Also, das ganze Set erinnert mich irgendwie an irgendein Skin-Set. Kein Plan an welches. Aber, wenn ihr das wissen solltet, solltet dann bitte mal in die Kommentare reinschreiben. Wir haben hier den Agent des Chaos-Skin. Sehr, sehr nicer Skin. Gefällt mir sehr gut. Aber der zweite Stil eher weniger. Passendes Backbling. Auch sehr cool. Spitzhacke. Brutal heftig. Gab es ja auch im Agenten-Paket. Jetzt kein Plan, wie das heißt. Lackierung. Ja, gibt es nichts zu meckern beim Set, muss ich sagen. Außer der zweite Stil halt. Der Skin hat zwei Stile. Beziehungsweise drei Stile, okay. Ich finde, ich finde, ja, erster und letzter am besten. Backbling, genau das gleiche Spiel. Hier einmal ohne Schimmer. Genau. Und einmal hier in schwarz-rot oder braun-rot, eher gesagt. Was haben wir hier noch? Passender Gleiter. Hat hier genau das gleiche Spiel. Einmal Schimmer. Kein Schimmer. Und einmal in schwarz. Boah, diese Soundgeräusche immer. Okay, okay, reicht schon, reicht schon. Haben wir irgendwas seltenes? Haben wir irgendetwas seltenes? Hm. Ja, okay. Wir haben sowas halbwegs seltenes. Was ist denn das? Ähm. Okay, ich weiß, was so halbwegs seltenes ist. Also wir haben hier Schnorchel, Ops oder OPS. Ist ein cooler Skin, aber war schon viel zu oft im Shop da gewesen. Sichelschläger. Ist ganz okay, spiele ich aber überhaupt nicht mehr. Glitter. Chillig. Dann haben wir hier Biestschützin. War auch jetzt schon echt oft im Shop da gewesen. Aber immerhin noch ein cooler Skin. Aufheulen. Ist heute das seltenste Emote vom Shop. War zuletzt vor 72 Tagen im Shop da gewesen. Punktetafel kann man sich auch holen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.